Der Kreislauf der Natur Mein Vetter hat einen Cousin, dessen Stiefnichte ist mit ihrem Großzwilling verheiratet, und dem sein Onkel pflegt, zu sagen, Mein liebes Kind, da sind nun also die Würmer. Die Würmer werden von den Fröschen gefressen. Die Frösche von den Störchen. Die Störche bringen Kinder und die Kinder haben Würmer. So schließt sich der Kreislauf der Natur. So schließt sich der Kreislauf der Natur. So schließt sich die Kinder mit den Fröschen und die Kinder mit den Fröschen. So schließt sich die Kinder mit den Fröschen. Vielen Dank.